ja herzlich willkommen zum neuen video von uns heute geht es mal wieder um unseren schönen g21 und heute machen wir ein bisschen in den raum wir hatten ja schon das video euch gezeigt wie wir die ambiente beleuchtung in der mittelkonsole umgerüstet haben oder nachgerüstet haben da war ja vorher keine haben wir die teile getauscht heute bauen wir noch m performance zierleisten ein und in der neuheit würde ich sagen habe ich noch nicht gesehen was neues und zwar gibt es auch ambientebeleuchtung im lautsprecher ich habe mich jetzt für die variante entschieden weil ich beim m4 das in hochglanz habe ich mal hier die variante jetzt genommen in matt ich bin mal gespannt wie das gleich wirkt natürlich auch hier die teile ist mir das ganz gut kommt mal näher ran ins licht vielleicht kann man gut erkennen also ist halt carbon aber offen vorig und es ist ja es ist muss ich sagen auch cool aber es ist relativ wenig für viel geld kann man ja auch mal so sagen also was gibt man für roundabout 800 euro man kriegt diese blende hier man kriegt die leiste die kleine leiste und vom getränkehalter die große leiste so das sind nicht so viele teile und es gibt zwei teile aber die tauschen wir logischerweise jetzt nicht aus gibt es halt diese teile die noch sind zur erinnerung so sah es ja original aus das ist das quasi was ab weg drin ist schön plastik m performance bisschen anders geformt und richtig schön hier aufgepolstert ja gefällt mir gut was mir nicht gefällt sind so die spaltmasse im direkten vergleich das ist schon ein bisschen komisch aber okay vielleicht sieht man es noch nicht wenn es eingebaut ist aber die bauen wir beide jetzt nicht ein weil wir haben ja die beleuchteten seitenteile drin und die lassen wir auch drin also die werden nicht verbraucht aber jetzt kommt hier rüber ein richtig geiles produkt es ist ja von einem hersteller ich habe das jetzt bestellt ohne irgendeinen aufdruck und zwar tauschen wir die center konsole bei uns aus das ist hier so ein konzept da wird das ganze modul der ganze center lautsprecher getauscht und hier ist ein elektromotor drinnen und jetzt nicht bewegen kann und ja auf jeden fall dann so funktioniert wie beim f10 f11 dass wenn man radio an macht das ganze der ganze center lautsprecher hoch fährt dass man denn sieht und vorne hier sieht man es vielleicht auch in dem bereich wie beim bank und olofssystem wird der hochtöner dann beleuchtet sein also da freue ich mich sehr drauf bin sehr gespannt wie die passgenauigkeit ist und wie das ganze funktioniert und bevor ich jetzt hier lange herum erzähle würde ich sagen zeigen wir erst mal noch wie es aussieht und dann legen wir los gefällt mir hier auch ganz gut ist ja wieder das schöne holz das legen wir auch erstmal zur seite denke wir werden hier auch irgendwann noch mal richtig schön mit alcantara arbeiten aber da mich viele gefragt haben wie das wirkt bauen wir das set jetzt hier mal ein wie gesagt alles original von bmw und ja hier was mich hier so ein bisschen stört muss ich ganz ehrlich sagen dass die maserung vom holz nicht identisch läuft ja gut ist zwar kein bantlen wenn jetzt viele sagen aber gut wäre natürlich schön wenn das jetzt auf beiden teilen jetzt irgendwie gleich wäre ja ja das bauen wir aus das hatte ich euch glaube ich noch nicht gezeigt habe ich auch schon hier lackiert im blau und ja jetzt legen wir los und wie gesagt das teil kommt raus die blende kommt raus und hier kommt dann der lautsprecher der dann rein und raus fährt und das bauen wir jetzt eben wacker um let's go so pass auf wir bauen jetzt erstmal hier die restlichen teile zusammen dann haben wir hier schon mal das endperformance set drin ist alles noch sehr sehr neu und straff vielleicht flippe ich aus aber auch wieder schön drin also alles hier schön im carbon aber richtig geil sage ich das war hier ist jetzt diese neue funktion die wir haben jetzt sieht man das so mal ran also echt aus sobald ich radio einschalte oder musikern mache ja jetzt kommt die blende noch drauf und dann haben wir es leider ein gleich ein kleiner schönheitsfehler die leds gehen nicht und da müssen wir noch mal an deswegen machen wir an der stelle noch kein abschluss sondern das wird ja noch zeigen wir kümmern uns jetzt darum dass die leds jetzt noch gehen werden haben was schon fast aber sieht schon wieder cool aus oder ok dann sehen wir zu dass die leds laufen und dann geht es weiter bis gleich so jetzt schauen wir uns mal das fertige ergebnis an das ganze schön beleuchtet können natürlich jetzt hier schön die farben verändern dementsprechend wird das natürlich dann auch angepasst sieht man dann abends natürlich besser als jetzt aber denke das kann sich sehen lassen und wenn man jetzt rauf und runter fährt radio 1 an ausschaltet haben wir schön den effekt flackert so ein bisschen auf der flackert ein bisschen auf der kamera aber das ist natürlich nur so ein effekt das blinkt natürlich nicht sondern es leuchtet schön hier sitzt da nicht ganz optimal da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten aber ansonsten sieht das schon echt geil aus ja und wieder ein kleines gimmick für den g21 was sich sehen lassen kann ja wir sagen wie immer dankeschön fürs zuschauen hat spaß gemacht wenn es euch gefallen hat oder fragen habt ruft uns an abonniert unseren kanal supportet uns freuen uns über jeden abonnenten über jede anfrage ich sag mal besten dank schönes wochenende noch und bis zum nächsten mal macht's gut